Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine neue Folge, eine neue Serie, eine neue Reihe von Geschichten vom Flesensee Heute ist ein ganz besonderer Tag Es ist der Tag der Liebe Es ist der Tag, wo ihr eure Liebsten so richtig beschenken könnt Es ist Valentine's Day oder auch Happy Valentine oder auch Valentinstag Und was hier am Flesensee passiert und wie wir mit unseren liebsten Gästen verfahren Das seht ihr jetzt Kommt mal mit! Tja, und wer zu viel Rosen hat Der kann auch schon mal die eine oder andere in den Kamin werfen Aber nicht nur Rosen haben wir für die Ladies Sondern wir haben uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen für die holde Damenwelt Individuell, abgestimmt, auf jede einzelne und immer verschieden Viel Spaß dabei! Und Pamela, ich liebe dich Du bist die Schönste der Welt für mich Jessie, Christine, ich liebe dich Du bist die Schönste der Welt Na, Mädels, Ladies Habt ihr geglaubt, es gibt sie nicht mehr? Die großen Kavaliere, die Gentlemen, die euch auf Händen und von mir aus auch auf Füßen tragen Die gibt es hier im Robinson Club Flesensee Und vom 28.02. bis zum 3.03. gibt es unser nächstes Party und Fun Wochenende Da ist Action angesagt und wir hoffen, ihr seid mit dabei Und wir hoffen, ihr schaltet auch gleich wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Geschichten vom Flesensee Love is in the air Everywhere will look around Love is in the air Das da noch schön ist, sich wieder zu sehen Love is in the air Aufilte La serische Vielen Dank.